Hallo liebe Seniorinnen und Senioren aus Pfungstadt. Hier ist wieder Wolfgang vom Seniorenbeirat mit einem Video aus unserer Veranstaltung Fit für PC. Wie Sie im Folgenden sehen werden, müssen Sie sich eigentlich keine Notizen während unserer Veranstaltungen machen. Das jeweilige Video sollte vollauf genügen. Sie müssen sich nur merken, wie Sie das hier auf YouTube finden. Unser Thema ist, was ist eigentlich ein gutes Foto? Da kann man sich sicherlich viele Maßzahlen vorstellen, an denen man festlegen kann, wie gut ein Foto ist. Ich gebe mal ein paar mehr oder weniger sinnvolle Beispiele. Zum Beispiel der Preis, machen wir ja bei Klamotten zum Beispiel auch. Die Größe, weiß ich nicht, mag sein. Vielleicht auch der Ruf des Fotografen in Fachkreisen. Wer besonders viel veröffentlicht hat und Abdrucke in namhaften Fotozeitungen hat oder vielleicht sogar in der Modewelt, könnte man sich auch vorstellen. Auch die Anzahl der sogenannten No-Gos, also was man gar nicht machen darf auf einem Bild, was das Bild quasi zerstört. Je kleiner die ist, könnte man sagen, umso besser ist es. Sicherlich mit einigem Nachdenken findet man noch viel mehr. Für mich ist die Sache ziemlich klar, keins von denen hier. Für mich ist wichtig, wie lange sich ein Betrachter das Bild ansieht. Das kann man zum Beispiel mal ausprobieren, indem man mehreren Leuten tausend Bilder vorstellt. Und ja, irgendwelche Bilder, die man irgendwo her hat und darunter vielleicht fünf oder sechs eigene Bilder mischt. Und dann einfach mal guckt, wie lange guckt sich so ein Proband jedes Bild an. Und vor allem, wie lange guckt er unsere Bilder an. Und wenn er die wesentlich länger anguckt als den Durchschnitt, dann sind sie auch eben wesentlich besser als der Durchschnitt. Also eine durchaus eine Maßzahl, die mir passt, aber ich denke, den meisten Leuten passt sie auch. Diese freuen sich einfach, wenn fremde Betrachter das Bild toll finden und deswegen auch ein bisschen länger betrachten. Wovon hängt denn jetzt diese Betrachtungsdauer ab? Die wird massiv von drei Sachen beeinflusst. Und zwar einmal von den sogenannten Kontrasten, also den Unterschieden zwischen hell und dunkel oder farbig und nichtfarbig und ähnliche Sachen. Geben wir im Verlauf des Seminars noch darauf ein, nicht in diesem Video. Von Gesichtern und dort insbesondere von den Augen und von bestimmten geometrischen Figuren, dabei ganz voran insbesondere die Linien. Und die spannende Frage ist, was ist eigentlich der Grund dafür, dass das bei nahezu allen Menschen so funktioniert? Nun, der Grund liegt schon ein paar Jahre zurück. Denn es war einfach lebenswichtig für unsere Vorfahren. Hier mal ein nettes gemaltes Bild davon. Die hatten so ein paar Dinge zu beachten, damit sie, sagen wir mal, halbwegs unbeschadet durch ihr Leben kamen. Zunächst erstmal gab es da das Gruppenleben. Menschen sind deswegen auch in der Urzeit so erfolgreich gewesen, weil sie halt nicht allein durchs Leben geschlittert sind oder maximal als Paar, sondern als halbwegs große Gruppe. Und um in einer Gruppe überleben zu können, muss man sich auch irgendwie austauschen können. Und da man nicht den ganzen Tag reden kann, muss das auch nicht verbal, also irgendwie rein durch hingucken, möglich sein. Und das machen wir Menschen, egal wo wir herkommen und auf welchem Erdteil wir leben, über die Betrachtung unserer Gesichter und vor allen Dingen der Augen. Dann gibt es das Thema, auch schon seit Urzeiten, Flucht oder Jagd. Man geht durch einen dunklen Wald oder durch ein hohes Gras in einer Savanne und irgendwo raschelt es. Und jetzt halt die Frage, erkenne ich, ob das nun ein Tiger ist oder eher ein Beutetier? Ja, davon hängt vielleicht das ganze weitere Leben und auch das meiner Kinder ab. Die gibt es nämlich im Zweifelsfall nicht, wenn es ein Tiger war. Also sind wir darauf angewiesen, das zu erkennen. Und das tun wir über Kontraste. Selbst bei absolut mieser Beleuchtung schaffen wir es, bestimmte alarmierende Figuren, wie zum Beispiel ein Tiger oder ein anderes Raubtier, über die Kontraste zu erkennen. Also extrem wichtig gewesen. Und das Letzte ist, gerade die Männer sind ja dann meist auf Jagd gegangen, in derartigen Zeiten, vor 100.000 oder mehr Jahren. Die Frauen haben mit den Kindern zu Hause gesessen, vielleicht in der Höhle. Stellt man sich so ein bisschen plastisch vor. Nun mussten die armen Kerle wieder zurückkommen, vielleicht noch mit jede Menge Sachen auf dem Buckel. Also das Thema Orientierung war wichtig. Und dafür brauchten wir geometrische Formen und insbesondere die Linien der Umgebung, wo wir halt herkamen und wir hinwollten. Deswegen sind diese drei Sachen für uns so interessant. Gucken wir uns mal die Einzelnen etwas genauer an. Hier das Thema Gesichter, Augen und die mit verbundenen Emotionen. Ich zeige einfach mal so ein paar davon. Bei diesem Gesichtsausdruck sollten wir ruckartig vorsichtig werden, denn das ist kein freundlicher Gesichtsausdruck, sondern eher so ein teuflischer, also als fremdwort diabolischer Gesichtsausdruck. Auf jeden Fall findet er uns irgendwie nicht toll, der Kerl. Also Achtung, das merken wir sofort. Und wir merken auch, dass er uns anguckt. Ganz im Gegensatz zu diesem Bild, sehr sehr freundlich. Diesen Herrn sehen wir im Gegensatz zu dem vorigen eher mal gerne. Zum Beispiel auch als Weihnachtsmann. Das ist so das typische Bild eines freundlichen älteren Herrn. Hier erinnert die ältere Generation vielleicht an Roy Black. So dieser etwas verträumte, in die Ferne guckender Blick. Durchaus vertrauenswürdig, auch wenn er am Kind nicht besonders gut rasiert ist. Egal, nettes Lächeln. Frauentyp, sage ich als Mann einfach mal. Das ist vielleicht nicht gerade der Frauentyp. Der hat wahrscheinlich gerade eine bittere Enttäuschung hinter sich und resigniert so ein bisschen. Das sehen wir sofort an dem Gesichtsausdruck. Da müsste er noch nicht einmal diese Hand so an die Backe halten. Ist einfach klar, irgendwie. Der hat wahrscheinlich Schlimmes hinter sich. Hier, vor allem für die Herren interessant. Zwei, wie ich finde, sehr hübsche Gesichter. Und ja, wir sehen sofort, die meinen nicht unbedingt das Gleiche. Die Linke guckt eher so ein bisschen erschreckt. Fast starrer Blick. Während bei der rechten kann man ins Träumen kommen. Die träumt nämlich auch und guckt vielleicht noch mal so einen Mann mit einem richtig hübschen, offenen Blick einfach toll an. Bezaubernd. Hier nochmal ein Mann, der nicht ganz so toll ist. Der hat eventuell auch gerade einen Misserfolg hinter sich oder ist vielleicht auch ein bisschen erschrocken. Wie dem auch sei, wir merken sofort, ist nicht so der ganz normale Gesichtsausdruck. Hier mal eine Gruppe. Und was wir sofort erkennen können, ist, die gucken sich ja teilweise an. Schauen wir mal diesen Herren hier an. Wir erkennen sofort, obwohl das relativ klein ist, das Bild, dass er diese Dame anguckt, die wiederum das merkt und ein bisschen peinlich berührt ist. Zumindest guckt sie nicht zurück. Diese Dame guckt nicht einen aus der Gruppe an, sondern den Fotografen. Und der Kerl hier guckt seinen Gegenüber, diese Dame, ziemlich mit offenen Augen an, als ob er so ein bisschen fragenden Blick hat. Ja, und die versucht ihr was zu erklären. Wir sehen genau, sie guckt nicht uns an, sondern jemand anders. Also wir erkennen in einer Gruppe sofort, auch wenn es etwas undeutlich ist, wer wen anguckt. Und meistens auch, was für ein Gefühl dahinter ist. Und das ist einfach wichtig für den sogenannten sozialen Zusammenhalt. Sonst könnten wir als Menschen gar nicht überleben, als große Gruppe. Nochmal ein paar Bilder zum Thema Kontraste. Vor allem im Dunkeln wird das interessant, wenn es ja auch gerade in der Wildnis vielleicht vor ein paar hunderttausend Jahren etwas gefährlich wird. Ja, ein prächtiges Tier. Nur für einen Urmensch, der dem maximal vielleicht eine kleine Keule entgegenzuhalten hatte, sicherlich der Augenblick, wo er sich umdrehen sollte und sehen sollte, dass er die Entfernung gewinnt. Das Szenario ist bei Nacht kaum was zu sehen. Trotzdem erkennen wir ganz, ganz deutlich, sozusagen prototypisch, diesen Zeichnungsverlauf und diese Augen. Wir wissen sofort, brandgefährlich, sehen, dass man wegkommt. Das sehen wir über diese Kontraste zwischen dunkel und hell. Und wir haben natürlich auch ein Bild von so einem gefährlichen Tiger einfach im Hinterkopf. Wir sehen sofort, dass ein Tiger, wir müssen nicht lange darüber nachdenken, und können deswegen schnell in die Gäden kommen und abhauen. Hier auch ein sehr kontrastreiches Bild. Das Bild wird von hinten beleuchtet und wir sehen diesen Jäger oder vielleicht auch Krieger, ich weiß es nicht, der gerade einen Pfeil von der Sehne schnellen lässt. Und es ist eine Art Gegenlichtaufnahme, auch wenn nicht besonders viel Licht im Spiel ist, es ist eben halt fast schon Nacht. Aber wir empfinden dieses Bild als toll, vor allem, weil wir so viel darauf erkennen können, nämlich von den Umrissen. Die sehen wir ja über die Kontraste, was hier innen drin vorgeht, ob das Mann oder Frau ist, weiß man nicht. Aber wir wissen sofort, es ist ein Bogenschütze. Das macht es für uns Menschen interessant. Nächstes Bild, ja, praktisch das vorherige Bild im Blau, nicht mit Pfeil und Bogen, sondern mit etwas modernerem Gewehr und Hund sofort zu erkennen, auch wenn wir die Gesichtszüge nicht sehen, nicht wissen, was das ist. Wir haben sofort mit einem Blick erkannt, das ist ein Hund und auch dazu ein Rüde, wie man hier sieht. Also wir wissen sofort, was die Uhr da geschlagen ist. Müssen wir einmal drauf gucken, tolles Bild. Hier mal bewusst ein Bild gezeigt, vielleicht im Morgennebel oder abends, man weiß es nicht. Also die Szene ist etwas dunstig, aber wir haben gar kein Problem, zum Beispiel diesen Raubvogel zu erkennen oder diesen Bären, der hier längs läuft. Und dabei stören uns diese vielen Tannen oder was immer es für Gehölze sind, überhaupt nicht. Wir haben mit einem Blick, erfassen wir die Situation und das liegt einfach daran, dass wir diese Kontraste notfalls verstärken mit unserem Gehirn, was das Auge vielleicht gar nicht wahrnehmen kann. Hier wieder so eine typische Gegenlichtaufnahme, finde ich einfach toll. Die meisten Menschen finden das toll. Und der Grund ist, wir erkennen mit einem Augenblick, ohne die Details zu sehen, klaren Hirsch, Wildschwein, Wildschwein. Und dass hier jetzt jede Menge Geäste und Hölz und was weiß ich, was noch da hinten drin sind, das stört uns überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir finden es toll, es ist natürlich, wir haben solche Bilder vielleicht schon mal gesehen, haben sie uns eingeprägt. Und wir finden sie einfach toll. Also Gegenlichtaufnahmen sind meistens sehr, sehr erfolgreich, wenn man denn weiß, wie man das technisch löst. Vor allen Dingen in diesem Falle, wo es sich halt um eine Abends- oder eine frühe Morgenstimmung handelt, wo wenig Licht im Spiel ist. Als letztes waren die geometrischen Figuren, insbesondere Linien, angesprochen. Tolles Bild, tolle Stimmung. Und das Wichtige ist, wir erkennen sofort diese Linien und die können wir uns relativ leicht einprägen. Wie ist es hier, diesen Rhythmus und dieses hier hinten, das sagt einem, okay, ich bin vielleicht an der Stelle, wo ich hinwollte, wo ich zu Hause bin, was auch immer. Ähnliches Bild auch mal tagsüber. Was sehen wir hier dort? Wir sehen jede Menge Linien, die gehen alle von links unten nach rechts oben. Und so ein Szenario, verbunden hier vielleicht mit diesem Hohlweg oder was immer es ist. Das können wir uns gut merken und da wissen wir auch, das ist eine Wegmarkierung. Da wissen wir, wo wir hin müssen. Also, man kann mit einer gewissen Bedeutung sagen, wir haben alle noch so ein Urmenschen-Gehirn, was uns einfach dazu verpflichtet, diese drei Dinge, die ich angesprochen habe, hochzuhalten und damit zu arbeiten. Das heißt nun wirklich nicht, dass das die einzigen Sachen sind, die ein gutes Bild ausmachen. Was noch alles dazu gehört, werden wir im Laufe des Seminars lernen. Ich wiederhole es noch mal. Die angesprochenen Hauptpunkte waren also die Kontraste, Gesichter und da insbesondere die Augen und geometrische Figuren, insbesondere die Linien. Und da Sie uns immer wieder begegnen werden, könntet ihr es euch auch eh gleich einprägen. Wir brauchen es eh dauernd. Sie werden uns im ganzen Seminar immer wieder begegnen und ihr werdet euch immer wieder damit befassen müssen und auch überlegen müssen, inwieweit ihr eure Zuschauer auch durch diese drei einfachen Dinge in eurem Band ziehen könnt und damit eure Bilder einfach aufwerten könnt. die und die die und die